Hotel, das ist unser Haus, ok? Ja, und das ist ein Hotel. Oh gut, Karottis. Aber mein Schwein ist tot. Echt? Ja. Ah, jetzt, du hast ihn ja getötet, recht? Ja, komm zu Haus. Ich bin... Mach doch zu zu. Bevor dein Dieb einschleicht. Mann! Aber bitte nicht klang. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt meinen Schädel töten. Oh, ich weiß, was du hast, ok? Oh, schön. Du kannst das nehmen. Oh, danke. Oh, nicht das Block. Oh, ja, das... Ich möchte das... Ja. Schwert. Block ist ich. Ich habe dir einen Korn, Lotte. Und danach Hotel. Ich töte meine Schäfchen. Ich habe eine Kuh-Adresse. Das ist eigentlich... Das ist eine Räuberste-Kuh, ok? Ich kann... Ich komme nicht dran, Digga. Kommt zu mir, dass ich euch töten kann. Die kommen nicht. Ich bin bei Machmuts Haus. Ja, weil du auch da geschlossen bist. Habe ich recht? Oh, ja. Ich gehe über. Ich zeige dir, wo Machmuts Geheimnis rum ist. Ich weiß, wo das ist. Ich habe ein Geheimdarm gebaut. Ich kann nicht... Wo bist du Schweinchen? Ich bin ein Schwein. Ich bin ein böses Schwein. Hey, du bist ein Freis. Die Sohle... Du, 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 du... Die Sohle... Ja, wie Soziales macht. Die Sohle... Ja... Die Sohle... Jetzt mach bitte. Jetzt mach bitte. Ja, ich mach bitte. Oh. Was passiert? Er verwandelt sich. Der ist eine Spinne. Der hat sich verwandelt. Oh mein Gott, das ist eine Spinne. Er kann fliegen. Es ist ein Wettall. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Kaka. Ja, Kaka. Wo bist du? Mami, lass es so machen. Ich bin ein Dieb. Ja, du bist nicht gelaufen. Aber da war ich nicht. Ich bin ein Dieb. Wo bist du? Das mal hier. Ich bin ein Böser Dieb. Jetzt habe ich mich verwandelt. Okay. So, ich übernachte mal. Ich war größer und da hattest du Angst. Okay, ich gehe mal schlafen. Und ich war ein Monster. Okay. Okay, ich gehe mal schlafen. Und ich spiele mal ein bisschen Laptop. Das muss offen bleiben, du. Nein. Du bleibst offen, du blöde Kuh. Okay. Okay, dann spiele ich. Ich spiele Minecraft. Ich bin der Erste. Yeah. Ich bin der Erste. Da war ich, da war ich, da war ich ein, hä? Okay, da war ich ein Slime, da hattest du ganz Angst vor mir, okay? Okay. Slime ist ein Monster. Ich schaff das. Oh nein, ich werde kleiner. Ich bin, ich werde kleiner. Oh nein, ich bin ein Kind. Oh nein, ich bin die Schnelle Appa. Und ich komme, ich renne zu der Tür. Ich bin zu klein, um das Tür aufzumachen. Nein, ich bin wieder ein Kind. Ich bin ein Baby wieder. Und jetzt kannst du dich nicht mehr verwandeln. Nein, das ist unfair. Okay, dann kannst du es. Ja, der ist klar. Oh Mann, oh. Hey, wie habe ich das Tür aufgemacht? Oh nein, das ist jetzt geschlossen. Wer hat das geschlossen? Nein, 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 nicht raus. Nicht raus. Bleib hier. Oh. Blöder, mein Kind, das Handy. Blöder Tablet. Du machst das. Blöde, das weiß ich nicht. Irgendwo so. Ja, weil du es so dann gemacht hast. Aus Versehen? Ja. Ah. Nein, das war Absicht. Dass du es einfach so gemacht hast. Absicht hältst, dass du es einfach so gemacht hast. Du weißt doch, wo es mein Tablet gibt. Ja, dein Kopf hat eine neue. Ich gehe mal zum Hotel. Und dann schlage ich dich in die Welt. Das war ein Video. Ist doch ein Video. Ja, Junge. Oh nein, das Feld wackelt. Ich muss schnell nach Wasser. Oh, das wackelt so schnell. Ein Jahr. Millionen, tausend. Okay, das gibt es nicht. Ein Jahr. Zehntausend Jahre später. Oh, das Erdbeben hat so viel Schlaf. Sven, Sven. Kommst du? Ich war aber gleich. Ja, ich kann nicht. Ich bin ein Baby. Ich wollte dich klauen. Aber warte, ich habe gesagt, oh, ich wurde gewachsen. Du bist schon gewachsen. Und pass auf, das war ich aber ein Slime. Martin, du sagst, dass nicht das Video ist. Nein. Hm, so lange kann ich dich töten. Ich habe meinen Lieblenden YouTuber gesehen. Hast du sie auch gesehen? Ja. Oh, nein. Oh, nein. Mama. Jetzt ist der Räuber gewesen. Du hattest so. Mama. Das Tür geht nicht auf. So, so, drin. Du böse Räuber. Aber ich habe geboren. Was meinst du, du blöde, noch nicht mal? Aber du bist so dumm, dass du meine Arten ablecken willst. Das ist so dumm, dass du die Arten bist. Nein, ich bin dein Arten. Ich bin Hüebräin. Was bist du? Ich bin Hüebräin. Ich bin Hüebräin. Ich bin Hüebräin. Ich bin Hüebräin. Denkst du, ich bin nicht Hüebräin? Dann komm zu mir. Guck mal meinen Skin an. Ich bin oben irgendwo. Das stimmt mich echt nicht. Das ist die Arten. Ich bin Hüebräin. Was willst du? Komm, jetzt lass Lama töten. Ja. Biest. Dich. Biest. 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 Oh, sonst. Mach mit. Ohne Leben, dann machen wir Gag, machen wir das Haus zu brennen. Nein. Der wird auslasten. Oh ja. Das werden wir nicht machen dann, glaube ich. Aber wenn das Haus nicht mehr will... Aber... Hä? Hallo? Nein. Ich kann sie das. Nein, mach das nicht. Nein. Ich habe mein Bett gestohlt. Ich habe gesagt, mach das nicht. Nein. Du machst das Drops denn noch. Ich... 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 Ich habe dir gesagt, mach das so. Nicol! deswegen fliege ich auch wappel 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 w Also kann ich hecken ein bisschen, oder? Nein. Du hast es mir gemacht. Und du konntest mich nicht mehr töten. Du, 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 du. Hä, warum kann ich aber nicht fliegen? Ich kann nicht fliegen, obwohl ich ohne Leben bin. Hä? Komisch, oder? Ist komisch, obwohl ich mit Leben bin, ich kann nicht sterben, echt? Du kannst sterben. Aber jetzt wieder, aber nicht vorher. Komm, schlaf doch! Ich gehe noch keinschlafen heute. Komm! Bitte nicht hol Brian, töte mich bitte nicht. Weil ich kann dich immer noch nicht töten. Du nicht? Ja. Oh mein Gott. Also, nur Menschen können dich jetzt gar nicht. Guck, ich kann dich nicht. Oh mein Gott, wie ist das wahr, oder? Ja. Wenn ich höre, oder? Ich muss wegdrehen, du stirbst nicht. Ich fühle dich, du bist der Ober. Ich kann sie nicht sagen. Du bist du denkst, du bist besser. Oh, Schäfchen, ich töte dich. So, du kannst dich ausrüsten. Du bist denn da drin? Ich seh dich. Du bist da. Ich will echt so klein, oder? Das ist echt kein Witz. Du kannst mich nicht hören. So, lass du. Ja, was ist gemacht? Du bist besser. Besser. Versuch, mich mal zu schlagen. Wo bist du? Ich kürze ich. Bist du? Ich bin tot. Jetzt bin ich in dein Hotel gespawnt. Jetzt komm, versuch, mich zu schlagen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich kann dich auch nicht schlagen. Guck. Lass ohne leben. Dann können wir immer was holen. Hey, warte mal. Ich hab ein gutes Glück. Ich weiß nicht. Immer. Schickung. Oh, schickung, schickung. Hä, warum ist das Deutsch? Das ist heute halt neu. Der war ein Hamburger geworden. Echt? Ja. Das ist mein Liebesbespieg. Wir beide, ich hab gemacht, dass wir uns gegenseitig nicht töten können. Sonst aber vorher könnte ich dich töten und du mich in den Eintritt. Lass schlafen jetzt endlich. Ich bin kaputt mit Schlafen. Hä, wer war denn? Sack dir Maut. Jetzt komm. Ja, keine. Okay, ich komm. Ich schluss. Ich wechsle meinen Kacka. Okay. Hä? Was? Schäf ist vorne. Ich wechsle meinen Skin. Okay? Ich schluss. Ich schluss hier. Ich schluss hier. Können wir mal gegenseitig machen? Nein, ein Baby-Schaf-Alarm. Kann ich schnell was kaputt machen, bis ich reinkomme? Nein. Oh, scheiße. Ich habe ein Baby-Schaf-Alarm. Ich bin nicht mehr so ein Baby-Schaf-Alarm. Ich bin nicht mehr so ein Baby-Schaf-Alarm. Ich kann nicht mehr so ein Baby-Schaf-Alarm. Hu fan! Oh nein, ich gebe meine Dinge nie hoch. Oh nein, ich gebe meine Dinge. Oh nein, ich gebe meine Dinge. Oh nein, ich gebe meine Dinge. ich kann dich nicht schlagen wo bist du ich kann dich nicht schlagen ich hab dich nicht getötet gleich eine kuh kann ich doch nicht töten doch mit seinen ohren seine eigene hallo ich bin mit mein arm das ist aber komisch aufgegangen ich bin ein schlitzel 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 Vielen Dank. Kannst du bitte machen, dass ich sprich, dass wir beide immer sporen, dass ich zu dir sporen kann, wenn ich verloren bin? Ja. Ja, weil ich bin gerade verloren, dann muss ich einfach nur klicken, dann bist du verloren gegangen. Ja, ich habe auch gesehen, dass die ganze Zeit gelaufen ist. Darum musst du es jetzt machen. Warte. Ich bin zu dir teleportiert. Hey, das ist doch dort. Dort. Kannst du es echt nicht sehen? Ja, bei mir geht es nicht zum Sehen. Schau, bei mir sieht man nichts. Hinter dir. Du bist auf falsche Richtung gegangen, dahin. So folgt mich einfach. Missy, bei mir hat man es fast nicht gut gesehen, oder? Ja. Mhm. Okay, komm gleich. Okay? Komm gleich, ich mach. Hallo, hallo, hallo. Hello, hallo. Hello. Let me buy some power. Ich hab 100k. Ich schau, ich fahre. Ich hab echt nicht mehr spiele. Ha! Ich bin satt mit deinem Gefressen, der kriegt den Fressen. Ich hab's zu deinem Charakter gesagt. Es ist, okay? Es tut es. Warum? Siehst du gebissen? Nein, das sieht nur so aus. Oh nein, ich konnte einen goldenen Block. Eben Räuber, okay? Wir spielen diesen Sieg und ich muss dich nachrennen. Okay. Bist du draußen? Warte. Du musst versuchen, mich zu töten. Warte. Oder ganz drüber. In den Hotel drinnen ist es zu gestorben. Dann machst du die Türe zu, okay? Tschüss. 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 ich hab dich ich hab dich getötet ich hab dich berührt ahah ich hab dich getötet du bist tot ahah ja, Bermi ich klicke den Stinkefuß let me buy you so for once oh, meine Hände ist auf mein Tisch gefallen du bist geil vergebe und nimm dir mal versuche ich, dass ich dich schwindeln kann mhm das ist ja geil und ich versuche was und wenn es funktioniert dann dann sag ich's ab und zurück weißt du, wie das normale Hände zuwischen Babykatze ich töte ich töte ich töte Babykatze von ihrer Mama ich töte ihrem nein, das ist das ist Haram was ist Haram ich hab dich töten er hat mir ja gesagt der hat nicht zu quicin das ist vegan ich hab Angst 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 ich sterbe mit meinem Leben ich sterbe mit meinem Leben nein, du stirbst mit deinem Arsch ich wartest du für den Arsch lass den Mahmutshaus komm mal zu mir komm mal zu mir lass nachher den Mahmutshaus ich hab ein Getränk gebaut und dieses Getränk ist sehr geil das ist der Giftung der Giftung Lass du Mahmutshaus reinschleichen ok aber ich war ich sterbe nicht doch nö halt doch ich hab auch gar nicht hieß es bei dir ich krieg gar keinen bei mir ist es aber auch gut bei mir ist es aber auch gut oder? ja hör mal und dann geht so und dann geht so und dann so und dann so und dann so und dann so Hixt Let me buy you sour I can shit your hand Komm mit Komm mit mir ok? Shit Lass uns ihre Zimmer gehen und wir machen dass ihr ansteckt wir machen ihr dass wir noch gruseliger Nein Hier ist der Farsa Ich hasse... Ich hasse Machen mit Zettel. Oh nein, das ist voll geil, ist der Fernseher. Ah, wir sind verhandelt. Ich hasse die Zettel. Was hab ich gemacht? Ich guck YouTube.